Und zwar habe ich zum einen Instagram, da gibt es auch Bilder von mir und von anderen Sachen, also falls ihr da nicht folgt, könnt ihr das gerne tun, da wird es sicherlich auch irgendwie ein paar Updates in der Zeit geben und dann gibt es noch Twitter, ja falls ihr da nicht folgt und Twitter habt und nicht wusste, dass ich irgendwas habe, dann könnt ihr das gerne tun, falls ihr Interesse daran habt. Yo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Survival Games, ich spiele schon wieder Survival Games, schon wieder auf der Map, Arandir, es tut mir leid, aber ich finde, ich kann gerade, ja relativ okay kommentiert zu Survival Games, weil es mir halt gerade selber viel Spaß macht und dann ist das halt alles ein bisschen, ja keine Ahnung, das ist ja alles perfekt zusammen. Und deswegen nehme ich heute wieder Survival Games, ihr könnt mir aber gerne andere Spielmodi in die Kommentare schreiben, die ihr gerne sehen würdet, weil ich weiß, um ehrlich zu sein, nie so selber, was ihr so ganz geil fändet und deswegen, ja komm, ja, er ist reingefallen, deswegen, ja, keine Ahnung, ihr könnt mir gerne auch Vorschläge in die Kommentare schreiben und yo, so, er macht C-Fragezeichen, komm, den schlagen wir noch einmal, damit ich den Kill kriege, so, sehr schön. Und ja, ich hatte heute ein kleines Thema anzusprechen, denn viele von euch wissen vielleicht, dass ich in näherer Zukunft umziehen werde, so, da haben wir ihn geschnetzelt. Ja, das ist eine Falle, die kennt nicht jeder, ähm, sollte eigentlich auch ein bisschen geheim bleiben, dass ich die jetzt nicht in der Aufnahme zeigt, damit die viele kennen, aber das musste jetzt halt einfach sein. Auf jeden Fall wollte ich halt über ein kleines Thema sprechen, das war über einen Umzug, weil ich halt, ähm, ja, in Zukunft, in den nächsten Tagen, in Zukunft, äh, umziehen werde. Und zwar werde ich umziehen, ja, das macht mal wieder sehr viel Sinn, weil ich hier gerade fasse, so, mal ganz kurz hier wieder Schnitzel, äh, nein, ich musste Schnitzel sagen, das ist jetzt, ihr seid jetzt wahrscheinlich voll verwirrt, egal, so, den klatschen wir mal ganz kurz, oh, nice, so, perfekt, so, ja, komm, dich haben wir auch noch gut für unsere Stats, auf jeden Fall, so, ich werde umziehen. Und viele können sicherlich dieses Problem mal umziehen, hey, was ist denn da mit dem Internet, Telefon und so weiter, das geht ja dann erst mal für eine längere Zeit nicht. Ich weiß, um ehrlich zu sein, noch nicht, ähm, ob ich es schaffen werde, was vorzuproduzieren, denn ich habe schon ab dem 20.05., das ist in fünf Tagen kein Internet mehr, ich weiß nicht genau, ob wir es schaffen, nächste Woche, äh, nächstes Wochenende umzuziehen oder sowas, kann ich nicht als zu 100% sagen und deswegen kann es sein, äh, dass halt für eine längere Zeit keine Videos kommen, vielleicht für sogar eins bis zwei Wochen oder sowas. Weil, äh, sagen wir mal, jetzt bei zwei Wochen, weil der Raum total halt oder sowas, dann kann ich euch vielleicht ein kleines Update geben, was jetzt Sache ist, warum jetzt keine Videos kommen, dann halt mit Hallen im Sound oder sowas, weil halt, wenn keine Möbel gerade drinstehen, dann ist es ungünstig, äh, irgendwas aufzunehmen und es kann ja auch passieren, dass dann nicht direkt ab dem 20.05. das Internet ist, sondern erst ab dem 30.05. oder sowas. Also, das ist halt immer so ein bisschen, äh, ja, das ist halt, würde ich mal sagen, bei jedem Umzug so, dass es halt am Anfang immer mit dem Internet so ein bisschen ist, äh, ja, kommt einfach darauf an, wie viel Glück ich habe, äh, dass das da alles funktioniert, außerdem, wenn man eingezogen ist, dann hat man ja auch noch andere Dinge zu tun, als jetzt irgendwie was aufzunehmen. Äh, wir hatten schon ein paar vorgeschlagen, beziehungsweise halt, äh, angeboten für mich was vor, äh, jetzt sozusagen einen Gast-Upload zu machen, finde ich auch eine ganz geile Idee, aber ich weiß halt einfach nicht, weil ich möchte mich auf meinem Kanal halt einfach so mit meinen Sachen identifizieren, meine Musik benutzen, für die ich die Rechte habe und so weiter, äh, da könnte es halt sozusagen ein bisschen, weiß nicht, äh, ob ihr das jetzt so cool fänden würdet, von anderen Sachen jetzt auf meinem Kanal was zu sehen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, äh, und dann gehe ich da einfach mal drauf auf, äh, drauf ein und gucke, ob ihr darauf auch Bock hättet, äh, und dann mache ich das vielleicht sogar, dass irgendjemand von meinen Homies irgendwie was hochlädt, äh, und ja, so, wir können so ein Eisenschwert machen, das ist doch schon mal gut. Äh, nicht böse nehmen, Leute, ich habe meine Stats nochmal gestern Abend resettet und, äh, ja, so, Moment, deswegen waren die Kills gerade ganz gut, ich habe eine 19 in der KD gerade, ich habe immer, äh, momentan nur in Teams Verboten gespielt, jetzt ohne Teampartner oder sowas, hup, was habe ich denn da gerade gemacht, äh, sondern einfach immer in Teams Verboten gespielt und hier, nicht wunderbar, um 60% und drei gewonnen Spiele, ich hatte, glaube ich, äh, manchmal in der Lobby oder sowas gelieft oder sowas, wo dann halt schon das Spiel gestartet hat, das ist jetzt so, aber ist ja auch völlig egal, ähm, ja, auf jeden Fall hoffe ich mal, äh, ihr könnt das verstehen, falls dann zwischendurch nichts kommt und jetzt, äh, kommen wir zu der Sache, die ich euch, ja, aufmerksam machen wollte und zwar habe ich ja auch noch andere Social Media Plattformen, die kann ich ja auch mit langsamen bzw. schnellen Handy-Internet benutzen und, äh, ja, ich wollte auf die einfach mal vermarken, genau, so, und zwar, ich will da jetzt doch gar nicht hin, ich will erstmal mein Eisenschwert craften, so, und zwar habe ich zum einen Instagram, da gibt es auch Bilder von mir und von anderen Sachen, da poste ich halt, äh, ja, in letzter Zeit eigentlich relativ häufig was für meine Verhältnisse, ähm, also, falls ihr da noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun, da wird es sicherlich auch irgendwie ein paar Updates in der Zeit geben und dann gibt es noch Twitter, äh, da will, ja, da folgen mir 10.000 Leute schon, fast, ja, irgendwie 10.700 oder sowas, verdammt krass, ähm, ja, falls ihr da nicht folgt oder sowas und Twitter habt und nicht wusstet, dass ihr irgendwas habt, dann könnt ihr, ähm, das gerne tun, falls ihr Interesse dran habt, ich zwinge auch niemanden dazu, ist einfach nur, falls ihr irgendwie andersweitig Updates haben wollt, was jetzt los ist, vielleicht, falls es ein Internetproblem gibt, dann ist das immer der schnellste Weg, wie ich es euch sozusagen mitteilen kann und, ja, oh Gott, das war jetzt gerade ein bisschen fies, weil es war so hohes Feuer direkt, aber, naja, wie er möchte, der kleine Schlingel, so, 58 Sekunden, da hat sogar ein Staffmatch schon, okay, so, ich hab gar kein FNS, ich dachte, ich hatte mindestens ein FNS, so, jetzt muss ich aber ganz kurz abhauen, das, äh, sieht gerade nicht so gut für mich aus, so, einmal bitte weggehen da, so, und die Teile wieder nach unten, so, können wir uns irgendwie hier noch was reinpfeifen, jawollo, so, oh Gott, ich will nicht, dass der mich tötet, der scheint relativ gut zu sein gerade, wir müssen aufpassen, ich will was essen, geht gerade nicht so gut, so, okay, doch, ganz kurz, schnell was essen, so, und direkt wieder weg, und, ja, na, komm ruhig, Lowground, Lowground nutzen, äh, 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 nein, nicht sterben, ich darf jetzt gerade nicht sterben, das wäre nicht so cool, so, nochmal ganz kurz, auch gut, da habe ich diese Heilungstränke gehabt, die sind gerade so ein bisschen Rettung für mich, weil es gab schon echt brenzlige Situationen, so, okay, jetzt ganz kurz sammeln, äh, wir haben nix zum Enchanten, leider, manche gehen FNS, weil FNS ist immer ein bisschen, das bringt's verdammt krass, wenn du hier ein FNS hast, besonders, weil du es zum Teil sehr spammen kannst, äh, und da jetzt nicht so wie auf Hive aufpassen musst, dass da irgendwas daneben geht, äh, so, Kekse, 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 ach, okay, er läuft, okay, den klatsche ich jetzt einfach mal, oh Gott, Kekse, Kekse, du bist meiner, äh, ich möchte dich töten, ich möchte eine, 20er KD, nein, Spaß, ich bin jetzt nicht so, der übelst krass drauf geht, aber ich hatte davor irgendwie ein bisschen verkackt, weil ich meine Teams, äh, erlaubt gespielt hatte und deswegen habe ich einfach nochmal resettet und habe jetzt, äh, doch eins für Quick Survival Games und eins für, wie heißt denn das, für Bad Wars, genau, falls ich da überhaupt resetten möchte, okay, so, komm mal her, Kekse, 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 Dich möchte ich jetzt langsam mal töten, wie viele leben noch, 4 Stück, ich habe gerade irgendwelche Pfeile gehört, ich hoffe mal, dass ja nicht irgendwie alle auf mich hier und den gehen, so, die sollen sich mal untereinander auch ein bisschen bekämpfen, weil ich habe keinen Bock, dass ich abgestaubt werde oder als der abgestaubt wird oder sowas, das ist ja nicht so cool, ich möchte den ganz ehrlich für mich allein, oh Gott, der war richtig low, so, einmal ganz kurz den Stuff gun, so, ist das der gut, ne, das ist, okay, 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 also, was machen wir denn jetzt, was liegt denn hier so rum, das hätte ich nämlich gerne alles zum Teil, oh Gott, oh Gott, oh Gott, no, 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 so, oh Gott, er hat auch, warte, 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 wie machen wir das jetzt, ich will die hier haben, sehr gut, gibt es hier noch irgendwie, Goldapfel, 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 so, ganz schnell gegönnt und nach unten, so, oh Gott, er gibt mir richtig, jetzt aber weg hier, so, den gönnen wir uns jetzt mal mit zwei Herzen mehr, so, okay, jetzt hat er das alles, ist aber auch egal, Hauptsache, er kriegt kein FNS oder kann ich mir ein FNS machen, ich habe ein FNS sogar, okay, und dann machen wir das noch nach unten, so, jetzt sind wir schon mal relativ gut ausgerüstet wieder von FNS, TNT und so weiter, der ist echt gut, simply standard, so, da brennt er, sehr gut, so muss das sein, jetzt möchte er versuchen, weil er weiß, dass ich ihm relativ dick Schaden mit dem Feuer mache, er probiert nochmal auf mich zu gehen, aber no, 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 komm, da rein, rein da mit dir, oh Gott, oh Gott, es leckt ein bisschen, lecke ich oder leckt er, ich weiß nicht, was ist denn hier gerade los, so, so, und, oh Mann, Mann, ich brauche den Hit, jetzt aber nicht hier irgendwie abhauen, komm, na toll, das ist gerade ein bisschen blöd, Mann, ich wollte den, wird Standard nicht eigentlich mit D geschrieben, ey, nicht weg, wegrennen, kleine Assi, so, der soll mal schön da bleiben und nicht hier abhauen und regenerieren, weil ich hatte den echt gut gekriegt, besonders mit dem FNS, das war echt gut gemacht, da war ich, äh, relativ in Topform, ja, so, gut, da wahrscheinlich eh nix, nee, okay, kein Schaden, komm, er will Lowground haben wahrscheinlich, sieht auf jeden Fall ein bisschen so aus, gleich macht er einen Turn, no, 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 Angel, Combo, stets im Einsatz, so, es dauert ein bisschen länger, das Deathmatch gerade, ja, jetzt hat er schon regeneriert, jetzt kommt er wieder an, so, gegeben, okay, jetzt haut er schon wieder ab, äh, der zögert es echt hinaus, oder wird Standard im Englischen mit, ähm, im T geschrieben, ich weiß nicht, ist aber auch völlig egal, ist nur Minecraft-Name, genauso wie Dude nicht mit Doppel-U geschrieben wird, so, oh Gott, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn in der Klemme, so, ey, nicht schon wieder abhauen, hau doch nicht ab, hau doch nicht ab, so, GG, da haben wir die Survival Games gewonnen, passt doch, ein 20er-KD läuft, ähm, ja, da würde ich sagen, äh, sehen wir uns zum nächsten Mal, wie gesagt, folgt mir da gerne, falls ihr Bock habt, äh, es wäre, ne, ne, eigentlich 28er-Pink, kann ich hier nichts mehr schreiben, ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, könnt ihr da gerne folgen, falls ihr da nichts verpassen wollt, aber es wird auf jeden Fall nochmal ein Video dann kommen, wo ich das nochmal kurz ankündigen werde, das ab jetzt so ist und so weiter, ähm, mal gucken, gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao! Outro